Ihr habt einen eigenwilligen Stil, Soulless. Eure Zauber sind anders als die der Zirkelmagier oder der Winz. Das liegt daran, dass ich mir alles selbst beigebracht habe. Ich habe den Großteil der Magie selbst entdeckt. Oder mir auf meinen Reisen durch das Nichts an... Ich kannte Krieger, die alles selbst erlernt hatten. Aber ihr Stil war immer sonderbar. Als hätten sie Sand im Getriebe. Egal wie gut sie waren. Bei euch ist das nicht so. Vielleicht ist es mit Magie ja anders. Oder ihr seht ohne magische Ausbildung den Sand im Getriebe meiner Magie einfach nicht. Oder ihr seht ohne Magie. Die Inquisition ist nichts weiter als ein Traum von Wichtenzuern. Du hast den Bastard in den Rücken. Unmöglich! Lass sie nicht in die Nähe des Anwesens! Lass sie nicht in die Nähe des Anwesens! Lass sie nicht in die Nähe des Anwesens! Ich muss ja bei mir halt sagen, was ich einfach keine Eing스änze habe. Und das ist ja dann auf der Auf pharmacierte! Die Auge und diese Auge haben sie nicht in die Nähe des Anwesens. Was ist das? 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 Hier bewahren Sie also das gute Zeug auf. Hier bewahren Sie die Zeug auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.